Was hat so lange gedauert? Der Boss ist also wieder da. Hol dir diesen Penner Menendez. Er macht deinen Dad für alles verantwortlich. Und obendran Woods. Jetzt ist er hinter dir her. Junge, ich denke, Menendez ist am Ende. Ich sehe immer diese Blitze. Die Nacht, als mein Vater starb. Ich wäre noch ein Kind. Warum jetzt? Ach, scheiße. Ich habe dich nicht hart genug geschlagen. Okay, von Woods haben wir alle Teile. Jetzt setzen wir sie zusammen. Menendez war in Nicaragua. Die Info kam von Kravchenko. Er wurde uns vom Nabengesicht persönlich auf dem Silbertablett serviert. Manuel Norieger. Einer von vielen Vorteilen, Präsident von Panama zu sein, ist, dass man die Armee als Privatpolizei hat. Also, die CIA in ihrer unglaublichen Weisheit unterschreibt einen Deal und das Weiße Haus schreibt einen Scheck über eine Million und jeder macht seinen Freudentanz. Und ab geht's in den Jummel. Das in Nicaragua war ein Unfall. Wir zielen nicht auf Zivilisten. Die Infos wurden bestätigt. Es ist Raul Menendez. Ich wusste, er würde hier sein. Sind die Männer bereit? Sobald ich den Befehl gebe. Dann los. Wahnsinn. Teudeln wir nicht rum, Jungs. Räuchern wir ihn aus. Das ist nicht die Mission, Wutz. Er bleibt am Leben. Das ist nicht die Hammer. ...un niño, Dios del amor. Duerme tranquilo, duerme entretanto. Eleva el cañón. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir que no me moleste? ¡Qué carajo! Si tú casas a mi hermana, te lo juro que te mato. ¡Josepina! Este es un monstruo. ¡Animal! ¡Está loca de remate! ¡Tenme un sedante! ¡Ah, déjalo quieto! ¡Rápido! ¡Osefina! ¡Aufwachen! ¡Ich sagte, aufwachen! ¿Lo sacaron? ¿Sí? ¿Que lo vieran? Fierna la mosquina, Wendy. Keine Zeugen. Ich habe ihr Leben vor der Hand der Amerikaner gerettet. Es ist un dep Faltaisburg. ¡Antire! ¡Aufwachen! ¡No! ¡Escenca! 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 ¡Sus nun! ¡Vágan! ¡No! ¡Aufwachen! Geht es zu mir! Oh Oh, por favor, déjenos. ¡Animales! Asquerosos, no tienen alma. ¡Animales! ¡Fuerense! ¡Ojo sobre los... ¡Comme, pomme, por favor! ¡Fuerense por sus pecados! ¡No! 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 ¡Espina! ¡Méndez, ¿estás bien? ¡Osefina! ¡Ya no creo que llegará a la casa! ¡Espuye pa'lante, hacia la casa! ¡Rompas la puerta! Auf Wiedersehen! Ich bin hier, Josefina! Ich bin hier, Josefina! Menendez! Menendez' Schwester Josefina starb bei der Explosion. Wer warf die Granate? Ich wusste nicht, dass sie da war, David. Ich sah nur Menendez und bin durchgedreht. Frank, du drehst nicht einfach durch! Was hat Menendez dir in Angola angetan? Menendez. Er wollte wissen, was die CIA über ihn wusste. Also hat er meine Leute gefoltert. Da dachte ich, packe aus. Ich sah, wie einer nach dem anderen starb. Dann warf er uns in diese Blechdose und schloss die Tür ab. Ich war Wochen da drin. Ja. Ich bin durchgedreht, als ich Menendez wieder sah. Was hättest du denn gemacht? Wer ist das Mädchen? Unwichtig. Sie ist nicht das Ziel. Wahrscheinlich eine Nötte. Dori Jägers Männer rücken an. Gehen wir! Okay, es wird auch Zeit. Schwere Kämpfe vor uns! 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 Es kommt noch mehr! Ausschwärmen! Die Flöten sind in der Flöten! Die Flöten sind in der Flöten! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 Das war der letzte Die ZDF, 2020 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 Die ZDF, 2020